Hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Super Mario Galaxy 2... äh 1... Boah, ich hab's auch äh... Ja, ähm... wieder hier, weil ich muss... Tööööööööööööö... Also... es ist mir erst mal hier eigentlich... Weil ich muss das hier neu recorden, weil mein... Aufnahme... Sound-Aufnahme-Grid, wenn ich meine Stimme auf meine... nicht gespaltet hat, also sie abgeschützt ist und... meine Audio-Teile nicht gespaltet hat, deswegen... muss ich ja kein problem ich weiß ja alles ist auswendig hier also die erste mission war hilft dafür müssen wir 100 sterne sammeln sternteile ja und dann machen wir mal zum dritten mal wie gesagt wohlgesagt zum dritten mal ich hab die kaputt gemacht ach das ist ein schönes spiel einfach viel besser ich habe ein neues aufnahmeprogramm genutzt also genommen kein auto city mehr aus dem schwert täuscht was ist cool ist schon mal weg gute zeit dran sich ein witzigen das ist das witzig so dass noch ein paar sternen die vor der wind und ein tod mehr für einen kumpel der spunkern nie da mit ihnen ein schlick weiter ist ein viel frau ist ja ja ich weiß das schon dritt mal gesagt und hier rein so einfach geht das so schnell so schön so schön so schön so schön so schön so schön wow stirb ah vorgegen gekappt das ist ja so schnell sammeln hier so viel sammeln wie es geht der ganzer schlag von der rung muss ich zugeben dass man höchstig respekt verdient natürlich nicht weiter ich habe mich überdecken lassen der fiese und wir fliegen in die lüfte oder kreisen in die lüfte wie man es auch mag und auf dem vifras oh mein gott ja ja keine sternteile ja ja es gibt ja schon welche ok ja vergiss mein bauch ist voll so und schon haben wir das geschafft und wir können auch nur hier durchfliegen um zu lange die Aufnahme haben ah wir haben noch Zeit wir haben noch Zeit wir haben noch Zeit Zeit der Welt ja ja das ist irgendwie so eine Abenteuermusik hier bei Mario du 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 ja oh ah ah so geglitscht und schon hier hoch und auf die glaskuppel ja so so hier ist eine eine hippie Musik eine ähm high wenn man auf Droge ist die Musik da so dann machen wir einen Glitch wieder und zwar hier hoch und haben uns die Sache abgekürzt wie ihr so auch es macht auch Uiuiui ich habe kollege und da ist auch der erste der an dem wir suchen müssen die musik ist geil oder so ganz am liebsten und da haben wir den ersten von zwei steuern die wir noch sammeln müssen schönes Ding schönes Ding so und schon sind wir hier draußen und kann und können uns den zweiten Stern holen und so und den zweiten Stern Tschüss da Otter Königs Ufo Armada ja genau so und hier runter und in das orange Geduld reingehen wo wir schon mal waren diese Musik da ist die wir nicht aktivieren wollen weil ich irgendwie keine Lust drauf habe bringt zwar ein Leben aber ne so so Leben brauchen wir auch nicht ja wir haben ja uns selber und euch zuschauen hat der Mario was ich ziemlich nice finde und BÄM fliegen in den Kosmos hinein und haben eine Kokosnuss die wir rüber werfen das hat sich natürlich nicht gelingt also werfen nochmal und nochmal die andere glaube ich schon wow ach Bein auf der Kiste gelandet du bist wertlos du bist wertlos wo ist die unweltlose ach die ist unweltlose so und die Kokosnuss BOOM aha wer hat die Kokosnuss mit die Kokosnuss gelandet na komm her BAM alle neune und schreckt ihr oh mit von der Gummer komm wie und sind auch schon hier fast durch mit diesem Level ich hoffe es ah erst mal geschafft dadurch zu kommen wirklich nice super boah Aua nein 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 so mach Leben ich brauche eine Münze eine Münze zu spüren so so komm derf komm 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 und Double Tape Aha so easy ist das doch oder wow ah gut und haben wir aber okay fast volles dem muss ich dann sagen so wer hat genießt und können weitergehen ich hoffe es nach mit der Zeit aber ich glaube schon habe ich auch letztes dann geschafft ist es gut aber wir sind auch schon da also schafft mit locker so komm her König ich und da ist ab vor sich flammen ungesund aber guck ist uns gesund und voll in die nase ja schmerz ne könig es gibt's tennis er war ein geübter tennis ist und die krone ist weg und da rammt und schick deine Gefährten auf den Fluss was für ein schronlingel hat sind so fies ah du bist auch fies wow das das und das da der Endspurt freunde da haben wir die Bola Kreis Express da haben wir ihn gehörig mal aufs Maul sogar in 11 minuten wow mein neuer Rekord und Sprung das ist doch schön oder wenn alles so funktioniert cz jo mates zwei wascher vorgesehen jah so dann da verabschiede ich mich auch schon also verabschiede ich mich jetzt für diesen Teil danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal euer mpc